Moin moin, ich bin Frau Luchs und ich darf euch heute das Label Pirate Business aus Hannover vorstellen. K&K Pirate Business ist ein Label, was aus altem Feuerwehrschlauch neue Produkte herstellt. Das ist quasi Upcycling Deluxe. Dahinter steckt die Kerstin, die alte Feuerwehrschläuche von der Feuerwehr bekommt. Also die sind richtig gebraucht, haben eine Geschichte, haben einiges miterlebt, hoffentlich Leben gerettet. Und die bekommt sie von der Feuerwehr umsonst, denn die würden nur im Müll landen. Und das wäre ganz schön schade drum, denn was Kerstin aus diesen alten Feuerwehrschläuchen macht, sind Stil, echte Unikate und Accessoires. Das sind zum Beispiel Gürtel und Hosenträger für Herren, Handytaschen, Handtaschen, Frauen, Corsagen tatsächlich. Was ziemlich cool ist, weil Ladies, ihr wisst das, eine echte Corsage, die muss richtig gut halten. Und Feuerwehrschlauch ist ein ziemlich robustes Material, das schnürt alles weg. Diese Feuerwehrschläuche, bevor man überhaupt irgendwas mit denen anfangen kann, müssen erstmal gereinigt werden. Die waren jahrelang im Betrieb, das heißt, die werden sauber gemacht, dann zurechtgeschnitten. Und dann muss man echt eine krasse Maschine haben, eine krasse Nähmaschine, die durch dieses Material überhaupt durchkommt. Das heißt, das Ganze zu verarbeiten ist überhaupt nicht einfach. Wenn man mal ins Atelier in Hannover schaut, da stehen ganz schön brachiale Nähmaschinen, die das hinkriegen. Pirate Business hat bis jetzt schon ganz schön viel gemacht. Die waren im Fernsehen zum Beispiel bei der Hürde der Löwen und hatten da einen ganz großartigen Aufschwung für ihren Laden in Hannover und halt auch für den Online-Marktplatz jetzt bei uns bei Frau Lux. Und die haben auch schon für Bands Sachen hergestellt, wo die Bands dann meinten, echt cool, wir machen sonst immer alles kaputt und das ist mal was, was hält. Die Sachen sind halt einfach wirklich robust. Das ist Feuerwehrschlauch, der ist für die Ewigkeit gemacht. Das heißt, alles, was ihr davon jetzt als Accessoire erwerben könnt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass es irgendwie kaputt geht. Außen ist ein Rausmaterial, das ist sehr robust. Innen drin ist halt dieser weiche Feuerwehrschlauch, der sich total gut anfühlt und abwaschbar ist. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eines dieser großartigen Unikate zu gewinnen, nämlich eine Handytasche. Das heißt, für Männlein, Weiblein gleich toll. Entweder für euch selbst oder als Geschenk zu Weihnachten. Dafür müsst ihr folgendes tun. Teilt dieses Video jetzt auf Facebook. Und alle, die mitmachen, kommen in den Lustopf und morgen ziehen wir die glückliche Gewinnerin. Viel Glück!